Herzlich Willkommen in der eBike Erlebniswelt, Erhard Mott in Lauda. Ich zeige Ihnen unsere Vorführer E-Tandems Modelle 2022. Wir haben uns schon seit vielen Jahren auf E-Tandems spezialisiert und das Besondere ist, dass die teilbar sind, also hier und dort, sodass man dann zwei kleine Stücke hat, die man dann in einem PKW-Kofferraum zum Beispiel transportieren kann oder auf dem Heckträger. Die beiden Modelle unterscheiden sich vor allem in der Schaltung. Also unsere Standardausführung ist mit einer Enviolo-Novinci-Schaltung. Das ist ein stufenloses Planetengetriebe, das Sie hier ganz gut erkennen können. Es geht total einfach zu bedienen, vor allen Dingen, wenn Sie zum ersten Mal die Hand in vorn und Sie sehen hier, wie man daneben den Schalldrehgriff betätigen kann. Da wissen Sie auch, wenn das Männchen nach oben fährt, dann wird es leichter und so wird es dann schnell und schwerer. Sie können hier dann als Fahrer oder Fahrerinnen das total einfach bedienen, ohne dass Sie jetzt da schon einmal großtand im Gefahr sind. Das andere Modell, das wir noch haben, ist unser Rohloff-Nabe mit einer 14-Gang wird von jener verwendet, die viel auch in die Berge vorn steile Strecken zurücklegen oder große Entfernungen, weil die Rohloff E14 etwas leichter läuft gegenüber der Enviolo und eben eine größere Entfaltung hat. Das bedeutet, der erste Gang ist deutlich leichter und der schnellste Gang ist auch schwerer und schneller zu drehen. Ja, Sie sehen jetzt hier die Rohloff-Nabe, unverwüstlich. So, insgesamt haben wir auch sehr schöne Sonderlösungen entwickelt für unsere Tandems, also in der normalen Ausführung ist es schon voll fahrbereit, inklusive so einem Multifunktionslenker zum Beispiel oder Multipositionslenker. Wir haben auch die breite Bereifung jetzt schon seit zwei Jahren drauf, damit Sie auch auf schlechten Straßen unterwegs sein können. Wir können Ihnen dann zum Beispiel Faltpedale noch heranschrauben, wenn es dann aufeinandergelegt wird zum Beispiel im PKW-Kofferraum, dann verhaken sich die Pedale nicht, falten oder komplett rausnehmen. Dann, Sie sehen auch, wir haben unterschiedliche Sättel, je nachdem, was so ein Gesäß dann der oder diejenige hat, damit man auch schön bequem sitzt. Das machen wir dann alles hier bei uns in der persönlichen Beratung nach einer Probefahrt. Wenn Sie noch keine Tandem-Erfahrung haben, dann bieten wir ja auch eine Tandem-Fahrschule an, wo wir dann mit Ihnen einzeln fahren und so weit dann Sie sicher machen, dass Sie dann gemeinsam durchstarten können. Nehmen Sie sich also Zeit auch, wenn Sie zu uns kommen, wir nehmen Sie uns auch und das darf nicht übers Knie gebrochen werden, sondern Sie sollen einfach das auch bei uns testen können. Wir haben sehr viele Strecken, wo ganz ruhig sind, ohne Straßenverkehr, auf dem Radweg, liebliches Taubertal. Was ich Ihnen noch gerne zeigte, sind so interessante Lösungen, die wir haben, dass zum Beispiel hinten der, wo drauf sitzt oder die, wo drauf sitzt, dass sie auch noch so eine Täschle daneben hat, wo man dann zum Beispiel sein Handy drin hat oder was zu essen hat. Man kann ja dann immer den Fahrer oder Fahrerin versorgen, so mit Riechel oder Getränke oder so während der Fahrt. Spiegel bieten wir verschiedene an. Eine wichtige Sache, denn aus so einem Tandem ist es doch manchmal ganz interessant, wenn man auch einen Blick nach hinten hat, ohne den Kopf zu verdrehen. Es ist ein sehr langes Fahrzeug, mit einer unterschiedlichen Spiegelvarianten. Wir sagen Ihnen dann, was da der richtige ist. Wir können Schlösser anbringen an verschiedene Ecke und Stellen. Also insgesamt, das E-Tandem wird individuell, aber bei uns testen Sie dann vor allen Dingen den Unterschied zwischen einer Enviolo und einer Wohlaufnarbe und der Rest machen wir dann aus dem Stehgreif. Sollte Sie sich schon eventuell sicher sein, dass es klappt bei Ihnen nach der Probefahrt und Sie so ein Tandem gern hätte, dann erkundige sich, ob wir welche lieferfähig Anlage haben. Denn dann würden wir Ihnen eines bereitstellen und Sie können es am gleichen Tag mitnehmen. So, also wir freuen uns auf Sie, wenn Sie sich anmelden. Drücke Sie auf einen der Links, die jetzt daneben kommen, im Anschluss von dem Film. Und dann geht es weiter mit Anmeldung zur Probefahrt oder zur Online-Kaufberatung. Bis bald. Auf Wiedersehen. Drücke Sie auf einen Weg mit Anruf. ahí 06 06 07 06 Untertitelung des ZDF, 2020